ich es sind gestorben mehr er meinte der Eiler soll man Ruhe regenerieren ganz chillig wir haben die Zeit weiter dieses blöde Vieh der Ausstattung ist es nicht immer mehr in welchen nicht kippt heißt er der Sender Mann was man sehen ob ihr ja die größer werden es ist die denn der dritten betränken ja dieser strahlenden hallo nun nun die bis auf einmal da wurden Was heißt denn Entweiher? Jemand, der etwas entweiht Wenn etwas geweiht ist, dann ist es ja heilig Jemand, der etwas entweiht ist Wenn etwas heilig ist Und der kommt dann und beschmutzt das mit seiner Unheiligkeit Die Bäume gestöhnt Einbruch der Nacht, geh weg Oh, oh, oh Ich werde euch den Albtraum austreiben Was für ein Albtraum? Wieder einbruch der Nacht, dann ist er denn da immer Wenn die hinweg Die springt hin und her, das nacht Das nimmt er wirklich so ein bisschen Und so rumgeflatteriert Ja Ich werde euch den Albtraum Ich werde euch den Albtraum Und so rumgeflattern Ich werde euch den Albtraum Und so rumgeflattern Woah Was ist denn Was soll denn Hör mirs Schuss hier ja bisher und und genau so sieht es aus Oh! Der geht ja. Der geht ja aber schnell! Oh, ich hab was bekommen! Oh, die zieh ich mal sofort an! Oh! 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 Wenn man dich erwischt! Bis die Vita auffolgen wäre! Oh, Blimmchen! Scheiße, wenn man anstürmt und in dem Moment hängt! Das ist irgendwie blöd! Oh! Oh! Ach, was macht die denn investiert? Oh, ich bin außer Reichweite! Oh! Oh, die sind ja nicht nur nexus, sondern auch Maraudo und so, ne? Ich bruchte Blümchen, ich hab Zeit. Die Dinger sehen aus wie die Unmarodon. Also endlich. Ja. Ohja, stimmt. Boah. Ich bin da schon rein. Ja, hier steht ein schmieriger Pils, was ist das denn? Oh, wer hat die mit Kult? Noch ein Kult? Ich muss mehr ran. Doch nicht, dass die von Meiler sind. Nee, ich glaub auch. Ich glaub das sind wieder so Boden-Effekte-Pilz. Du drückst das immer sehr, sehr ähm... Ja. Jetzt sind wir das Wort im Fall. Sehr fachkundig aus, Boden-Effekte-Pilz. Oh Gott. Das sieht immer geil aus, hier. Aber woher weiß denn, dass wir hier hin müssen? Ja. Das lässt sich den einen bestimmt. Oder? Was machen wir hier? Also wir gehen zurück, okay. Ich nicht. Irgendwer hat eine Aggro. Ich nicht. Ich hab Aggro. Du hast Aggro? Ich hab tatsächlich... Ja, ich hab Aggro von irgendwas... Oh shit. Hinter uns kommen auch welche. Holy fuck shit. Jetzt wird's voll. Jetzt wird's scheiß voll. Alter. Wird ihr sterben sehen los? Wir werden jetzt sterben, ja. Guck mal, wie voll das ist. Ich weiß nicht, wo die alle herkamen. Seitdem wir in dieses Gebäude waren. Plötzlich hatte ich Aggro. Ich hab das gemerkt. Oh nee. Oh nee. Das ist nicht gut. Nee, der Heiler ist auch tot. Das ist immer noch beschissener. Ich bin auch gleich tot. Ich bin gleich tot. Oh, ich geh ins Land. Steck doch alle. Oh. Wieder das scheiße. Oh, der Heiler lebt wieder. Oh, gesundheit niedrig. Heiler, plass, plass, plass. Scheiße, ich bin auch gleich weg. Oh, ich bin auch gleich weg. Oh fuck. Ich bin tot. Ich hasse diese Idee. Oh. Entschuldigung. Too much. Ach nee, echt? Ist er sich sicher? Ich verbrauche hier irgendwas. Hallo. Ah. Hier kommen wir schon in die gouren Отwelt. Wie, ja. Ja, Herr. Irgendwie hier müssten die Leute das lernen. Ja, hast du recht, so kommst du, hast du verkehrt Ja, jetzt lass mal hin zu den Leuten, sonst finden wir den Aspekt nicht mehr Hier war es nicht, hier war es nicht, hier war es nicht, ich glaube 1 Uhr vor Na toll Ja, scheiße, ich weiß schon gar nicht mehr rum, oder geht's noch weiter? Ich glaub hier du, Juli Ja, das könnte hin und Ja? Dass ich das weggefressen werde Ach, da sehe ich die irgendwie... Hm Ja, immerhin ist schon Bord weg, ne? Schon Immer 2 Stunden für eine Indie, kann man sich schon mal einplanen hier Sind wir 2 Stunden? Nein Ich mein, naja, wenn wir fertig sind, wohl schon Ich mein, naja, wenn wir fertig sind, wohl schon Ne, separieren alle Pfff Oh, fertig Der Heli hier Einen noch Okay 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 Oh, guck mal dein... da ist ein Wagen auf dem Baum Hehehe Hehehe Das hab ich nicht gesehen Ne, hab ich nicht gesehen Ne, hab ich nicht gesehen Das hat einfach nur okay, weil du ihn ja gesehen hast Hallo, wieso kann ich nicht... Alter Ich bin außer Reichweite Wieso? Was, wieso? Ich bin außer Reichweite Ich bin außer Reichweite Ja Je guck dich Ich binödel Der Strahl ist der Knaller, also muss man echt mal sagen Mh Und du? Fein Hatte ich wohl nun es ist zu der Runde nicht auch denn bitte Tänk schlägt zwischen Kitzern um Arsch Prozent Prozent mit der Busterbärchen und die Brötchen runterlernen und ist es lieben nicht und so ist er auch bei mann sagen können ich schuldig oder 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 Es ist ja nicht so, dass wir hier noch viel Zeit verbrauchen. Nö. 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 dass er drei bosse kommen und wir haben auf dem hälfte der hälfte des weges zum zweiten bus sind das war kompakt ist der kommt doch nicht wieder n er wird vielleicht doch mal Zeit für den Cut ja der ist jetzt auch irgendwie nennen jetzt fels was macht der rennen hier du lump wie steht ein abbild von erst magier wie steht das abbild für die allianz heute noch äh wo sind wir macht der auch mal was du ist vorne wo sind wir da ach so der ist schon da da alter der kämpft schon leute hö hö ja von der schnellen truppe ja ok das wird ja ich sehe gar nicht durch ach ich auch echt hätte er mal einen Ton sagen können ey ja der ist nach vorne und äh ist nach vorne ja der ist nach vorne und dann war er vorne ja ja oh Gott wie geil sind die denn das ist zu weit entfernt oh oh ich hab auch irgendwie also steppe ich jetzt nochmal dich aus ne das wird den Bein hart durchgezogen du könnt ja auch mal deine Effekte machen damit du nicht immer getroffen wirst so schnell oder so ne oder ausweichen oder ausweichen hier du hast doch ausweichen und dann noch hier dieses Albtraum Dings da dunkelheit dunkelheit und dann hast du noch verschwimmen das soll alles ein bisschen dein überleben äh verlängern so oh ist das der Boss ich denke ja ja geht schon los mit meinem Stamm ramm ich euch in den Schlamm das war ja ein schöner Spruch aha oh ja oh oh ich würde den Angriff ausweichen ja ja noch das ja ja das tut oh die erzog r dem steht Oh oh, da kommen so Dinge Was für Dinger? Wo kommen Dinger? Ah ne, das sind die Wurzeln Aber muss man die Wurzeln wegmachen? Weiß ich nicht, ich glaube nicht, dass man die angreifen kann Doch, dann kann sie angreifen Wurzel Ah, ich bin in so einer Wurzel Wurgegewurzel Wurgegewurzel Kann man wegmachen? Ich mach die weg Wieso macht der Heergesinn nicht weg eigentlich? Wann und Frag ihn Hält sich wohl für was besseres? Ah Oh, help Okay gescheit Geld ich weiß Die Wurzel Scheiß auf Zwei E several Bäser D die 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 aber die nun mit der st schweiz zu mir hier geht in blau da ja, ich alleine Guck mal, wie er direkt was bekommt, ey naja ok ATOMFIRST ich bring noch was mit komm halt doch was mal die Tasche fest verbieten, nicht verbieten verbieten ah, und auch hier sieht man wieder sehr schön altes Charaktermodell einfach neu, revamped, wie man so sagt ja, neuer Farbe recycled mhm ey oh Fledermäuser oh, das nervt heute mit den Scheißung schon so rucklern den ganzen Tag über alter, so viel Zeug hier nicht zu luten nicht zu luten die kenne ich auch ne also Oculus oder so, ne oder ne, die gab's ja auch selbst schon, ähm im Leeroy ne Leeroy Jenkins ne, NDR Leeroy Jenkins was er, unteres Schwarzfeld oder obere ungewöhn ja, irgendwie die heißen ständig los war, alter läuft nicht, bleibt doch stehen ey, mein super Angriff, voll daneben ja, toll, äh, jetzt bin ich voll in die Eier gefallen äh, typisch und wie alles alleine klar machen wir sind so richtig oh, fuck you war schon wieder in die Eier gefallen nein Scherze zu ne, werf ich weil er irgendwie in die Luft gegangen du 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 was ich spielte ist, die Gänte nö n achte muss ich schon wieder ein Boss kann sein kann das sein ja sehr große Fledermäuse oh Gott wir sind das die ganzen kleinen alter wir sind doch Fledermäuse, Mann ich so geht es schon an denen oh das sieht gut aus, oder? der sieht gut aus, oder? der sieht richtig aus, ja Ich kann es laut sagen Schöne Farben Schöne Wieso fliege ich immer in die Eier rein? Ich habe einen Wirbelsturm an mir Ups Falle Steine So Scheiße Ach, fuck you, dein abend, Alter Ja, toll, wie soll ich hier weggehen und wohin? Was das nervt Heilern Hallo Hallo Geh in Stealth, ey, oder so Muss ich auch gerade mal Ah, Mann, echt Alter, überall sind diese Steine hier Hä? Abwind, ey, ich hab Schaum gelogen Entschuldigung, wie der Eier quakel Hütet euch, hütet euch, hütet euch, hütet euch Alter, tschümmel Das ist erfolgt sich natürlich Oh, entschuldigung, ich reicht nicht mir Oh, man Oh, Mann sein ja ich nicht scheiße wieder nur Gold der war aber auch relativ einfach ich finde das drumherum finde ich viel schwerer irgendwie du bist gut ja nicht schlecht du bist doch droh oh fuck was ist das denn hier wo ist denn der? hier oder was? Alter wo ist der Typ? da unter kämpft ich bin außerhalb aber der war bestimmt schon mal hier so wie er hier umguckt ne? das stimmt das ist schön dass es so leuchtet das ist schön dass es so leuchtet so schön rot ne? mhm mhm ja dann geht mal tu die Viechers hallo tschüss das ist zu weit entfernt ich bin außer Reichweite das ist zu weit entfernt oh scheiße nicht denn jetzt haha wollte schon mal vorgehen halt gucken wie es aussieht hier runter oder was? oh scheiße da ist noch einer wo kommen die alle her jetzt? das ist nur einer ich glaube das ist ja Endboss oh Endboss ja Wir werden langsam und kalt durch deinen Sieg. Ich finde der wiederholt sich ziemlich rotig Warum ruckelt das jetzt so? Also warum... was macht der hier? Alter Was macht der hier mit mir? Ey der macht so scheiß mit mir Sag nicht ihm, es wäre scheißegal Gehört zum Spiegel Englase dich auch Ist das ein Aluminiumblitz? Ich muss mir ja ... 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 hin. Ja, ähm, Dalaran, wir wollten ja sowieso unsere Quests abgeben und, ne? Ja. Wir können ja auch mal kurz noch eine Pinkelbause machen. Das ist eine gute Idee. Nicht wahr?